UNTERTITELUNG Wenn du das hörst, lauf weg. Die Feen riskieren alles. Du führst doch was im Schilde. Wer? Ich? Ich weiß es genau. Um das Tal der Feen zu beschützen. Ja okay du, darfst aber nicht schreien. Ich schreie nicht, ich hab nur Luft geholt. Und einen Freund fürs Leben zu finden. Du hast doch gesagt, dass die Legende nicht wahr ist. Genau genommen hab ich gesagt, er ist nicht wie alle denken. Er könnte dem Tal der Feen gefährlich werden. Was machst du, wenn du ihn findest? Meinen Job. Hab ich euch je in Gefahr gebrochen? Ja. Mir tut immer noch alles weh. Emily hat eben mein großes Herz. Schafft ihn hier weg. Dieses Mal sagen mein Herz und mein Verstand das Gleiche. Disney's Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbeast. Du siehst aus wie eine Kreuzung zwischen De Delphes, Marsopiales und Bison Occidentales. Und du spuckst. Ich krieg bestimmt gleich einen Ausschlag. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß es dir eben beim Schneico und die Erwin. Du hast wirklich Getschengemst. Und du hast einen Atme. Dann haben wir ironischerumen gekle sagt das Gleiche. Also siehst du etwas.